Ihr Gott, wie lautet der Kurs? Huch. So, sorry. So, ihr Lieben, direkter Übersprung. Entschuldigung, ihr wisst natürlich die Reise nach England. Klingt an. Auf geht's. Neues Königreich. Kennst du England schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land weht und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz England den Rabenklan kennen und den Ruhm, den wir in diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland für Ruhm und Schicksal. Nach Englerland. Nach Englerland oder Valhalla. Es ist Sins Creed Valhalla. Jetzt beginnt das Spiel erst tatsächlich. Dieses Intro hat ja mal knapp vier Stunden gedauert, auch wenn ich ein bisschen rumgealbert habe. Und das ist die Person, die uns im Animus wohl dient. Also in dem Computer, in dem wir eigentlich sind. Ja. Jetzt beginnt es wieder typisch. Das ist Sins Creed. Mäßig, sag ich jetzt mal. Das sind die Böen. Das sind die Böen. Mh. Mh. Lecker. Jetzt kriegen wir einen Schluck. Das ist die Böen. Jetzt kommt es wieder. Das ist die Böen. Ja. In einer Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Sirke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Okay, die Wälder im Abgrund. Jetzt haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Sierke sagte weiter das. Ich hab Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Citrus-Rezeptur. Dankeschön. Spontan entbeben, oder was? Oder unten Explosionen, um wieder was freizuschaufeln. Wie bringen wir das in Ordnung? Wie kannst du der Schlüssel zu allem sein? Oh, nein. Lass mich nein. Hat die uns gefunden? Also natürlich nach diversen Jahren, Jahrzehnten gefunden. Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Ja, genau. Wo bin ich denn hier überhaupt? Weil mich hier gefunden? Wie, 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 dit, 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 dit. Na klar, natürlich ist sie auch so hassas hier, logisch. Wenn ich die Grafik noch unterstellen könnte, wäre man schon wieder noch einen Tacken schöner, knackiger und scherber. Kann ich mir gern. Das sollte ich öfter machen. Das entspannt. Was ist hier in den Gefildern? Die können wir auch hier sitzen, ne? Ja, hier nicht. Ich würde überspringen, bin ich schade. Bin ich welches? Die Nordlichter. Das heißt, ich bin in kalten Gefühlen. Aber das ist nicht kalt. Also kein Schnee. Hä? Weil aber die Nordlichter sind... Ich bin verwirrt. Also, Eivor hat ja der Klimawandel schon zehn Jahre eingegriffen. Das könnte ich mir vorstellen. Ich würde gerne eine Runde spielen, aber ich habe leider was Besseres zu tun. Ja, das stelle ich mir vor. Kann ich mir was mit reingehen? Hä? Reingehen? Ey. Muss ich übers Dach? Geht einen anderen Eingang hoch? Natürlich. Alles hochwertiges Zeug. Ja. Ist es okay, wenn ich Musik anmache? Ja, mach ruhig. Cool. Hast du meinen Tee? Ja. 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 Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauche sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut. Gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also, es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Dann gucken wir erst mal hier, weil das hier... Das ist hübsch. Beruhigend. Bevor ich den verwende, ich ahne, dann nimm ich schon was. Ich will nur so ein bisschen herausfinden, was in dieser... Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Stellst du das in den Kühlschrank schauen? Natürlich. In einer Minute. Denk dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Was ist mit dir? Jetzt hier. Layla. Layla. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt. Damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Beeinflusst. John, was letztes Jahr passiert ist, dich. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem. Wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in acht Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Da ist er mit dem Stab. Ich bin durch die Hölle gegangen, um dich herzubringen. Wehe, das war es nicht wert. Das muss bestimmt aus Odyssey denn hergeholt werden. Also in Odyssey habe ich nichts gespielt. Kann also entsprechend, bevor ich mich jetzt spoilern, was soll ich denn machen? Nee, nee, nee. Ich frage das kurz mit dir hier. Ich schnack mir mal, bis wir hier herausfinden. Warte. Hallo. Er ist eine kleine Tischkante. Tischkanten sind immer der Tod eines jeden. Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass es nochmal passiert. Wie zwei Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war weh. Zwei Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für... Du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Für meinen Freund. Was für ein Freund hier? Was ist das? So, wieder verwenden wir nochmal kurz. Sehen wir uns das mal an. Genau. Äh. Der Hintergrund ist ja schon mal passend. Hier mit Covid. Was? 10. Mai. Loll. Das haben sich also gut angepasst. Letztes Jahr ist es erst rausgekommen. Letztes Jahr. Und die haben gleich... Ich habe mich nicht mit Covid infiziert. Jetzt werde ich bestimmt wieder ein bisschen schlafen. L. L. Von Leila. Achso, ich habe kein Covid. An Rami. Ich habe ein bisschen schlafen. Ram. Das ist also der Freund wahrscheinlich. Ich an Unbekannten. Äh. Von Unbekannten Absinne. L. L. Mein Lieblings-Baseball-Team sind jetzt zufällig die anderen des Eagles. Wir zönen sind sie. Von Unbekannten wieder. Du besiehst etwas, was Fluch und Segen gleichermaßen ist. Den Segen des alten Blutes. Und den Fluch, es nicht zu verstehen. Wir können dir helfen, wenn du willst. Was du getan hast, war nicht dein Fehler. Aber du musst Verantwortung dafür übernehmen. Einer von uns wird sich mit dir in Verbindung setzen. Wenn du uns verpasst, verpasst du deine Chance. Das sind die Assassinen. Von Unbekannt an mich. Sagen Sie bitte, was noch mal. Die letzte Botschaft, bevor die Kommunikation über diesen oder jeden anderen Account eingestellt wird. Wir haben unsere eigenen Methoden, um uns zu verständigen, ohne ausspioniert oder zurückerfolgt zu werden. Dein voriges Team hat sich diesbezüglich einen Fehler begangen. Hat diesbezüglich. Sie wussten um die Risiken, aber sie waren nachlässig und herließen überall Spuren und digitale Fingerabdrücke. Uns wird das nicht passieren. Meine Kolleginnen berichten, als erster Treffen seit gut verlaufen. Schlaf, 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 schlaf. Sie sind beeindruckt, wenn auch ein wenig argwöhnisch, wegen des großen Einflusses, den dein neues Spielzeug auf dich hat. Aber wir wissen nur zu gut, was es bedeutet, mit einer solchen Würde zu leben. Ich würde gern mehr über diesen Beinamen, Erben der Erinnerung erfahren. Davon haben wir alle in Jahrzehnten unserer Forschung nie etwas gehört. In einigen Wochen werden wir dich erneut kontaktieren, wenn du weitermachen willst. Musst du unsere Anweisung mit Äthiös befolgen. Solltest du nicht interessiert sein oder gegen eine andere Feuerwehr, dann wirst du die Weltwärts sein. Nimm dir dies zu Herzen. Die Welt ist krank und sie wird mit jedem Tag kränker. Das Magnetfeld der Erde wird stärker, Satelliten stürzen vom Himmel, Erdbeben häufen sich. Es kommt immer öfters zu Hungersnöten. Und nun erreichen unsere glaubwürdigen Berichte über ein tödliches Virus, das ganz Asien heimsucht. Es fühlt sich an, als würden wir einen von Jits erdachten Albtraum erleben, durchleben. Und reine Anarchie kommt über diese Welt. Was in vielerlei Hinsicht stimmt, aber es gibt Hoffnung, es gibt ein Heilmittel. Und? In vergangenen Monaten sind wir auf etwas gestoßen, das uns helfen könnte, uns drängendsten Probleme zu lösen. Eine vielversprechende Botschaft, die das Blatt vielleicht wendet. Wenn du ein Teil der Lösung sein möchtest, dann schließe dich uns an. Wenn nicht, wünschen wir dir alles Gute. Von der Ami, verzeih, ich will nicht, ich will mal gucken, aber hier gehört davon. Aber man, Baba, ich will mal sehen, dass es mir gut geht, deine Schwester. Also Ram ist die Schwester, alles klar. Richtig Ort in England. Gab es während der römischen Periode in England sechs Hauptbruderschaftshäuser. Leicestershire, Leicestershire, London, Winchester, York, Essex, Leicestershire, Edenspieler. Wir wissen von keinem ISO-Artefakt, nachdem du im Speziellen suchen solltest. Aber die sind da draußen und in diesen Zeiten werden sie häufig in den Nordischen Sagen erwähnt. Also, halte Ohren unten. Das bin ich immer kein Fan von. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich und im Schlaf träume ich und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle. Für einen weiteren Tod. Nein, nein, komm schon, Sean. Schalt das Ding raus. Oh, ich fand gut, was du gesagt hast. Ich will es für die Nachwelt festhalten. Sag es nochmal. Laut und deutlich. Ach, ernsthaft? Klar, na komm. Wenn es sonst nichts bringt, habe ich wenigstens ein Druckmittel für deinen alten Herrn. Ah, das willst du also. Toll. Was ich sagte war, ich wünschte, ich wäre nicht als Assassine geboren worden. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgesucht. War ich das? Ja, aber wieso denn? Weil die freie Entscheidung die zentrale Idee unseres Credos ist. Darauf stützt sich alles, nicht wahr? Es geht um den freien Willen. Es geht darum, dass man alle Fakten vor sich sieht und sagt, ja, das will ich. Oder, nein, das ist nichts für mich. Aber wenn man wie ich in so eine Gruppe geboren wird oder in eine andere, dann bekommt man widersprüchliche Signale. Es wird einem immer wieder gesagt, das ist es, woran wir glauben. Das sind die Regeln. Das ist die Realität. So und nicht anders. Und wenn man das in Frage stellt, oh, dann wird man angesehen, als hätte man einen kleinen Hund rumgebracht. Das ist kein freier Wille. Eine komische Ironie, wenn der freie Wille der zentrale Glaubenssatz ist und keiner will, dass man etwas anderes glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hatte immer den Eindruck, dass unser Kind... Ja, seid mir nicht böse, aber der ist mit zwei, vier, länger, von wem? So, jetzt, ohne Scheiß, ich will weiterspülen. Also, warte mal, wir haben... Ich will mal ganz kurz die Dings angucken. Die Boten, was ist hier? Boten, Dog, Stab des Herres, was? Trismigis, das, erworben von Adelhofer, Kassandra. Spätes Isus, sieh, da, 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 da. Meine Lateinbilder. Hallo. Er sieht natürlich schön aus, ne? Er sieht natürlich... Ja, ne, ne. So, oh, Papierkopf, auch noch was, entschuldigt. Ho, mein Laptop, ho. So, Schluss jetzt, ich will hier den Animus verdammt. Jetzt geht's auch ein, weil er entschuldigt mich, bitte. Sag ich, ich kann mich schon wieder hinsetzen und dann war's das. Untersuchung. Wenn das vorbei ist, schlafe ich wieder in einem echten Bett. Okay, wir gehen in Animus, äh, entschuldige ich jetzt, bevor wir jetzt wieder so Harkaten hin, hierher nicht ganz richtig machen, machen wir diese Runde einfach nur ein Schnackelein, bisschen Story, dass außerhalb des Animus unter anderem stattfindet. Und in der nächsten Folge gehen wir endlich wieder nach Valhalla. Also, tue es ja kein Problem. Ciao. Ciao.